Ja, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Heute geht es um Crypto.com, genauer um das Supercharging. Und ich muss sagen, das ist jetzt der erste Teil von der gesamten Crypto.com-Series, die hier noch kommen wird. Falls ihr noch nicht wisst, was Supercharging ist, ich werde es ganz easy, simple erklären, so wie es auch auf der Seite ist. Das werden wir uns dann gemeinsam angucken. Ich werde auch an dem Supercharging-Event teilnehmen und dann alles zeigen, wie viel ich investiert habe und wie viel ich dann in diesen 30 Tagen bekommen habe, beziehungsweise in der Charging-Periode. Da wird dann auch mal ein Video dazu kommen. Ansonsten würde ich sagen, starten wir schon mal gleich rein. Und natürlich Lieblings-Kryptobörse, Crypto.com. Wer auch Supercharging möchte, aber noch keinen Account hat oder gerade erst starten möchte oder einen Broker hat, mit dem man nicht zufrieden ist, ich persönlich finde Crypto.com mega, mega nice. Ich habe auch einen Ref-Link unten in die Beschreibung gepackt. Wenn du dich dadurch anmeldest, bekommst du 25 Dollar in Crow. Denke ich mal, ein geiles Angebot. Und ja, da würde ich mal sagen, schnacken wir gar nicht mal lang weiter und starten sofort mit den wichtigen Infos. Und zwar, wir sind jetzt hier auf der Crypto.com-Seite. Das Ganze kann man natürlich auch auf dem Handy öffnen. So bin ich eigentlich meistens immer drin. Einfach nur zum Vorzeigen sind wir hier auf der Crypto.com-Seite. Gerade sehr, sehr clean. Zum Crypto.com-Preis, zum Kronos-Preis ist gerade bei 45 Dollar Cent. Also ungefähr auf 41 Cent. Eigentlich ein ganz guter Preis zum Einsteigen. Ich wollte zwar warten, aber einfach für das Video, für die Community investiere ich hier lieber jetzt schon mal. Ich meine, im Endeffekt kann man mit Crow kaum was falsch machen. Da kann ich auch nochmal ein eigenes Video dazu machen. Hier sehen wir auch, wenn wir auf Twitter sind, die ballern sowas von viele Infos raus. Das ist unglaublich. Ich habe auch versucht, hier was zum Super-Charting-Event zu finden. Eine Stunde, eine Stunde, zwei Stunden. Also die ballern hier im Fließband was raus. Einfach mega, mega aktiv. Und wir sehen hier, Crypto.com hat hier den Beitrag, was absolut krass ist. Die sind ja im FIFA World Cup Sponsoren. Das heißt, beim Spiel wird dann die Werbung laufen. Und das ist absolut heftig. Also einfach mega krass, wie die hier von Werbung her durchballern. Und wie die das Marketing ernst nehmen. Mega, mega nice. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass Crypto.com langfristig überweinend sein wird. Und der Coin noch massives Potenzial hat. Aber jetzt genug geredet. Was ist denn Super-Charting? Und zwar ist es so, es gibt immer verschiedene Events. Wir können dann auch gleich nochmal auf die verschiedenen Events draufgehen. Es gab Bitcoin, es gab Polkadot. Gerade gibt es die Reward-Periods für Veracity, wo ich auch ein Video dazu gemacht habe. Jetzt ist gerade MMF dran. So, wir sind jetzt hier auf der Crypto.com-Seite, auf der Supercharger-Seite drauf. Wie wir sehen, MMF ist momentan der Coin, der gesupercharged wird. Annual Per Year bis zu 32%. Das wird sich bei jedem nochmal individuell berechnen. Das wird man dann alles in der App sehen. Da werde ich euch auch alles zeigen in dem zukünftigen Video. In dieser ganzen Periode. Der Ladezeitraum endet in neun Tagen, beziehungsweise eigentlich in zehn. Wer hier also noch partizipieren will, ihr habt noch genug Zeit, ganz easy. Wie beginnt das Ganze oder was ist das Ganze? Es gibt zwei Zeiträume. Und zwar einen Ladezeitraum und einen Prämienzeitraum. Sobald der Prämienzeitraum gestartet ist, zum Beispiel bei Veracity ist es jetzt so, kann ich nichts mehr einladen. Das ist eigentlich ganz klar. Das heißt, im Ladezeitraum, das sind die ersten 14 Tage. Wie wir sehen, sind jetzt noch neun Tage, beziehungsweise knapp zehn Tage noch drin. Ist es so, dass man ein- und auszahlen kann in diesem Supercharging Pool. Und zwar ist es so, dass man das in Crowminzen macht. Das heißt, du brauchst Crowminzen. Deswegen wollte ich mir auch nochmal welche holen, einfach um mal das Ganze zu testen. Und euch dann hier auch die Infos durchzugeben. Ja, und diese ganzen Crowminzen wirft man an diesen Liquidity Pool rein. Und dann wird sich dieser durchschnittliche Anteil dann berechnet. Wie wir hier sehen sollten, sind das hier 500.000 USD-Zuteilung. Und genau, im Ladezeitraum kann man dann eben diese ganzen Crowminzen dann noch reinladen. Mindestanzahl sind 100 Crows. Das habe ich auch gerade drin. Das werde ich euch dann nochmal zeigen. Und genau, der Ladezeitraum dann abgeschlossen ist, geht zum Prämienzeitraum. Und dort erhält man dann jeden Tag diese Prämien. Je nachdem, wie viel du halt eingezahlt hast, bekommst du dann Prämientoken. Und ja, da bekommst du dann MMF-Token. Das ist jetzt nicht so wie beim Staking, dass du Crow reingibst und Crow zurückbekommst. Nein, du gibst Crow zum Staken, beziehungsweise zum Superchargen. Und bekommst dann die MMF-Token rein. Wir sehen hier die verschiedenen Events, wo ich auch schon gerade dazu Stellung genommen habe. Und zwar MMF ist gerade im Ladezeitraum, also in der Stage 1. Und sowohl Veracity als auch Bitcoin sind jetzt im Prämienzeitraum. Das heißt, da wird das dann immer weiter ausgeschüttet. Aber da kann man jetzt nicht mehr rein investieren. Das heißt, die Sache ist eigentlich beendet. Wer jetzt hier nicht teilgenommen hat, kann auch nicht mehr teilnehmen. Die ganzen Sachen sind jetzt im Prämienzeitraum, aber für uns Neuanleger schon zu Ende. Und ansonsten sieht man hier die anderen Coins, mit denen man dasselbe machen kann. Das ist immer dasselbe Prinzip. Luna zum Beispiel, HBAR, Ethereum. Und wie wir hier auch sehen, es gibt immer verschiedene geschätzte Annual Per Year. Zum Beispiel bei Veracity ist es ungefähr gleich wie bei MMF. Bei Bitcoin sind es 56%, bei Luna 37%, bei SDN zum Beispiel auch nur 4%. Also das unterscheidet sich, das sieht man aber auch alles. Da gehen die auch sehr, sehr transparent damit um. Genau das Ziel dieses Videos ist einfach, dass man verschiedene passive Einnahmequellen auch mitgibt. Es gibt sehr, sehr wahrscheinlich auch viele Leute, die einfach nur Chrome-Münzen halten, flexibel halten, aber damit nichts machen. Es gibt ja verschiedene Methoden bei Crypto.com, passives Einkommen zu generieren oder einfach mehr rauszubekommen. Als die Coins einfach nur auf der Wallet schimmeln zu lassen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, das mit Supercharger zu machen. Ob sich das lohnt, das werden wir dann alles sehen. Ich werde das alles dokumentieren. Und ansonsten klingt aber 32% pro Jahr sehr gut, muss man wirklich sagen. Das ist schon sehr, sehr nice. Und was auch interessant ist, du kannst es einfach weiter laufen lassen. Wenn du da jetzt nichts machst, sagen wir mal, du hast dein Geld in der Charging-Periode reingelegt, dann kommt die Reward-Periode und du nimmst es nicht raus, dann bist du gleich weiter angemeldet für den nächsten Supercharger. Das heißt, du kannst es ganz entspannt einfach locker drin lassen und dann geht das Ganze immer so weiter. Du kannst es dann natürlich aber auch rausnehmen, das ist dann dir überlassen. Wichtig, das ist auch eine sehr, sehr wichtige Information. Du musst, sobald dieser Prämienzeitraum startet, dann musst du nochmal auf die App gehen und das bestätigen, dass du daran nochmal teilnehmen willst. Beziehungsweise musst du es generell bestätigen. Weil sonst bekommst du die Tage, wo du es nicht bestätigt hast, auch keine Rewards. Das heißt, wenn du drei Tage vermasselt hast, dann bekommst du eben nur elf Tage Rewards. Genau, was die Vorteile von dem Supercharger sind, es ist simpel, einfach und flexibel. Und du benutzt eben die Crow-Token zum Staken bei der Crypto.com-App und bekommst dann die neuesten und hottesten Kryptos als Reward. Genau wie hier jetzt MMF. Wir sehen hier auch die aktuelle Poolgröße, die ist bei fast 900 Millionen Crows, also schon eine beträchtliche Summe. Und hier sehen wir eben die Supercharger-Zeitachse, also die Ankündigungszeit. Es wird eine Notification rausgesendet, dann beginnt der Ladezeitraum und wenn der Ladezeitraum dann endet, beginnt dann der Akzeptanzzeitraum, dann der Prämienzeitraum und dann endet das Ganze. Also im Endeffekt immer wieder dieselben Schritte und wer sich damit mehr auseinandersetzen möchte oder nicht auf das Video warten möchte, was dann in den kommenden zwei Wochen dann kommt, da gibt es ja auch ein Beispiel in Form von 100.000 Crows, das könnt ihr euch da mal durchlesen, falls euch das weiter interessiert. Ansonsten finde ich persönlich, probieren geht über Studieren, ist ja alles legit, geht auch alles auf der Crypto.com-App, was ich sehr, sehr nice finde. Du brauchst keine DeFi-Wallet oder keine Exchange oder so, du brauchst einfach nur die ganz normale Crypto.com-App, die sehr, sehr simpel aufgebaut ist und deswegen ist das eigentlich sehr, sehr positiv. Man sieht hier auch die Liquiditätsgrenze, hier sieht man die Rechnungen, die durchgeführt werden, bringt es aber eigentlich tatsächlich wenig, euch das jetzt hier näher beizubringen. Wenn ihr euch das nochmal selber durchlesen wollt, ich verlinke wie immer die Quellen unten in der Infobox. Ansonsten habe ich euch jetzt die wichtigsten Infos vorgezeigt, ich werde euch aber nochmal ganz kurz zeigen, wie es denn jetzt auf dem Mobiltelefon aussieht, auf dem hier. So, wir sind jetzt back auf meiner Crypto.com-Wallet, wir sehen hier den ganzen Spaß, das ist die Crypto.com-Wallet, wo kommen wir denn jetzt aber auf Supercharger drauf? Und zwar gehen wir hier auf dieses mittige Symbol und da sehen wir schon bei Finance das Supercharger bzw. Earn. Wir interessieren uns heute für den Supercharger, da gehen wir auch drauf. Ja, und sehen jetzt beim Supercharger, ich habe 41 Euro derzeit reingeladen, das sind jetzt Crypto.com-Coins, wie wir sehen 100 Kronos sind drin, also die Mindestanzahl. Da werde ich für euch nochmal nachstocken, also wenn das kein Like verdient hat, dann weiß ich auch nicht, damit das eine schöne Summe von 1000 Crows ist. Klingt einfach geiler, ist einfach geiler und wir sehen, wir können ganz simpel mit Hilfe von zwei Klicks auf zum Beispiel Charge Now gehen. Wir lesen die Konditionen und akzeptieren die, gehen dann hier weiter und dann sehen wir eben, wir können weitere Crows aufladen. Gerade können wir es hier nicht aus dem Crypto-Wallet rausnehmen, weil ich da nur 0,2 Crows flexibel drin habe. Dazu müsstet ihr dann einfach euch Crows kaufen und dann könnt ihr das ganz einfach auf den Supercharger laden und dann seht ihr das eben wie hier. MMF, 41 Euro, Charging Period derzeit noch und genau, das war es dann. Wichtig ist eben noch, ihr müsst auf jeden Fall, sobald die Charging-Periode fertig ist und die Reward-Periode kommt, wie wir hier sehen bei Bitcoin und Veracity, dann muss man das auf jeden Fall nochmal akzeptieren, also bitte da drauf gehen, sonst gehen euch die Tage verloren, wo ihr es nicht gemacht habt. Ansonsten ist es halt meiner Meinung nach sehr, sehr simpel, man kann damit noch ein bisschen rumspielen, ein bisschen probieren, ob das was für einen ist und ich werde dazu, wie gesagt, auch ein Video hochladen. Also wenn du das nicht verpassen möchtest, dann folg dir auf jeden Fall rein, da wird dann gezeigt, wie viel es bringt, wie viel MMF ich dann bekomme und genau, dann hast du ebenfalls noch die Möglichkeit, die Crypto-Dust, nennt das Crypto.com, zum Beispiel MMF, die paar Token, die ihr dann bekommt, beziehungsweise die Bruchteile auch von den Token, die könnt ihr dann in Crow umwandeln, könnt ihr rein durch das Crow weiter reinlegen wieder in den Supercharger für das nächste Mal und könnt somit einen Zinseszinseffekt bekommen, also sehr interessant und das Ganze werden wir dann aber in einem anderen Video durchgehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die ganzen Informationen, die ganzen Basic-Informationen zum Supercharger, wo der ganze Supercharger drin ist und genau, falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare stellen und ansonsten ein Abo da lassen. Bei mir war es das jetzt, wir sehen uns, peace out.